Hey, das ganze Spiel, ne? Ihr müsst euch mal reden, ey. Ich... Das ist eigentlich... Ich spiele die Kack hier ohne Safe-States. Natürlich nur, weil ich's nicht tun würde. Ich könnte ja, wenn ich wollte. Nein, das war gelogen. Egal, aber trotzdem. Oh, Mann! So, Oskar. Wirf! So, wie du noch niemanden geworfen hast. Ja, mach. Schmeiß mich, alter Junge! So, umdrehen. Zack. Okay, und jetzt? Bun. Nein, das war's. Depp? Du, Depp? Jetzt hätte ich irgendwie... Oh, was ist denn? Warum gehst du denn weg von da? Ich hatte was vor! Halt auf, was du labern, man spielt den Scheiß mal selbst. Ja, ja, toll. Es ist, als könnte ich mich während des Spielen direkt mit den Kommentaren unter meinen Videos unterhalten. Weil ich genau weiß, dass sowas auch wieder geschrieben wird. Genau, vor allem nach dieser Aussage jetzt. Hallo. Och, wie hat dir denn ein neues Schild gemacht, du Eumelhorns? Hier wackelt irgendwas. Abonniert wie Spieler von den 50! Was? Ähm... Ich hasse diese Stelle! Ich hasse dieses Spiel! Nein, eigentlich nicht. Ich finde es ganz cool. Aber trotzdem, lasse, geht mir das hier auf den Zack. Ganz ehrlich. So, ein Schild aufbauen. Guck'n schön. So. Bam. Na? Na? Bäm! Schieß doch! Wie wär's mal, wenn... Wieso macht der das nicht? Wieso schießt dieser Honk nicht, wenn ich es drücke? Da bist du irgendwie scheiße in deiner Birne, Willi. Mann! Ist der Knopf kaputt? Da hab ich jetzt schon so sein Controller eingepresst, dass der ja nicht mehr reagiert. Nee! 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 Hallo! Bumm! So! Jetzt bitte aufladen. Und einmal schießen. Und jetzt... Feuer, was das... Ja, geht doch! Nein! Ja, ach, leck mich am Arsch. Ich liebe dieses Spiel. Oscar, verfolgt mich. Nein! Und schon hab ich einen größeren Vorsprung. Was mir nichts bringt, weil ich sowieso auf ihn warten muss. Los, hau rein, Junge. Ey! Oh, du versuchst es auch? Es interessiert mich nun leider nicht. Tschüss! Okay. Auf ein neues. Zack. Ja, ähm... Schieß doch noch ein paar Schilder. Hä? Ey, wie geht denn die Kacke? Ich rach's gleich aus. Die Kacke, fuck. Einfach nur Kacke halt, ne? Das hat jetzt voll viel Sinn, was ich je gesagt habe. Mein Gott, hat dieses Let's Play Niveau! Schön! Ich hab ja noch nie so ne Scheiße gespielt. Also noch nie so ne schwere Scheiße. Oh, wie mich das grad ankotzt, Leute. Man hört das vielleicht. Ist mir egal. Jetzt schieß! Schieß nochmal! Kein Schild, du Hons! Hons! Was auch mein Hons ist. Honsl! So. Next round, baby! Next round, next round, next round! Ich hoffe, dass der Rotz hier vorhin bald zu Ende ist. Also lang kann die Spieler bitte nicht mehr gehen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts ich für den Kacke schon habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich's wirklich wissen will. Ich bin... Ich komm hier weniger weiter als in allen Heart of Darkness Parts. Jetzt soll ich mal reingehen. Das ist... Wie krass das eigentlich ist. So. Schieß, Mann! Ich verstehe es nicht! Es ist dumm! Dumm wie Kacke! Dann springst du doch schon die Katze vom Sofa. So scheiße ist das. Die hat auch keinen Bock darauf. Die denkt sich... Oh, das könnte interessant werden. Ah, nee, scheiß Spiel! Tschüss! Bis zum nächsten Mal Tschüss! Nein, sowas wird es nicht nochmal geben. Oh, Mann! So. Bums. Und jetzt gegen den Scheißkopf. Komm mit, Oskar. Ey. Ich... 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 Ich bin nicht mal dazu in der Lage, irgendwelche Quali... Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Fertig bin ich schon. Irgendwelche Qualitätshohen, wertvollen Sachen auszusprechen. So, ich beleid. Einfach mal. Wie ist denn immer so... Schieß! Nö, geht nicht. Schieß doch, Mann, Mann! Oh, was soll ich denn machen, Mann? Die verzeugen 8 Milliarden Schilder! Und ich komme nicht durch! Weil ich nicht genug Schusskraft für die Kacke hab! Es ergibt keinen Sinn! Boah, regt mich das Spiel grad auf! Rage! So. Schuss die Wurst weg, mein Gott! Warum Wurst? Den Laser, meine ich. Er schießt doch nicht mit Bockwürsten. Oder mit Currywürsten. Könnte eigentlich ganz cool sein. Warum habe ich so... Mann, jetzt hör doch auf, diesen Scheiß-Schild zu spucken! Los! Komm mit, Oskar! Kannst dich doch meinen Arsch schneller bewegen! Lauf, Willi! Ich hab keine Zeit! Was willst du? Ja, dazu wirst du. Genau. Wirf mich. Ui. So. Jetzt direkt ein Scheiß-Schild erzeugen. Bam. So. Jetzt erzeugt ihr noch ein Schild und noch ein Schild und noch ein Schild. Genau! Was soll ich denn da machen? Lad die Kacke auf! Ohne Witz, das ist das beschissenste Spiel, was mir je angedreht wurde. Aber ich zieh's durch. Weil ich krieg Bock auf irgendwelche Sachen abzubrechen. Aber das Spiel kotzt mich so an gerade. Das ist... Ich würde lieber noch fünfmal... Ich würde lieber noch mal hart auf Darkness auf Schwer durchspielen. Als den Scheiß hier. Ich liebe dieses Spielprinzip. Ja, aber man... Man, äh... Man kann's auch übertreiben. Hallo! Jetzt überzeugt er nicht noch eine Barriere! Oh, du Wurstgranate! Ja, Oskar tot. Komm, leck mich am Arsch, ey. Ja, hau auf die Fresse. Genau. Bam, 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 Mann. Hast du verdient, Willi. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. So! Auf ein neues! Hey! Und die ganze Zeit diese abgefuckte gleiche Musik im Hintergrund. Die geht nur auf und brauche die auf und zacken. Aufladen. Geht das schneller! Aufladen. Schießen. Nochmal schießen. Meine Fresse. Tut mir echt leid, Leute, dass ich jetzt nicht wieder so abgehen muss, aber... Es ist einfach nur zum Kotzen! Es ist echt zum Kotzen! Ich bin jetzt schlecht vor dem Scheiß! So, Schild aufbauen. Und jetzt, wie wär's, wenn ihr nicht andere und neue Schilder aufbauen würdet, ihr Drecksplagen? Was ist denn Plagen? Zack, zack, zack. Ja! So, ey! Wie denn? Wie soll das gehen? Häää! Da kackt mir schon die Stimme ab. Boah, ey! Ich hab echt an Halsschmerzen! Weil ich mich so auffrege, du! Ich muss jetzt echt mal runterkommen. Weil, das geht nicht. Es ist... Es ist... Ich kriege... Ich kollabiere hier gleich, weil das Spiel... Echt... Und mir wurde auch noch gesagt... Ihr sagt, der Stelle wird's alles viel leichter! Boah, Alter! Ich hau euch so gut in den Kopf gleich! Das könnt ihr mir glauben, Leute! Los, schieß! Kein Schild, Mann! Schießen! Mit deinem Scheißfinger am Scheißabzug! Weißt du, wie sowas geht? Wie, hast du das schon mal gemacht? Das ganze Spiel über schon. Warum ist jetzt ein Problem damit? Die Störung ist echt zum... 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 Also... Ne. Ja, wirf, Mann, Oskar! Hau rein! Du hast eh keinen Selbst weg! Warum bist du überhaupt da? Nur auf den Sack zu gehen, um mich aufzuhalten. So. Schild! Bam! Ja, wie wär's, wenn du nur noch ein Schilderzeugst, Kumpel? Ist so eine Idee von mir, so eine Schnapsidee. So. Da hab ich drei Schilder. Bam! Schneller, 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 schneller! Ich seh doch jetzt schon, dass das nicht langt. Wie soll... Hä? Was? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn gestorben? Ich frag da nicht weiter nach. Nein! Warum hab ich... Das ist scheiße, Let's Player Ehre. Oder wie man das nennt. Schieß! Ach, mein Gott. Wenn ich nach diesem Spiel nichts mehr hochladen sollte, liegt das übrigens daran, dass ich gestorben bin. Nervenzusammenbruch in der Klinik und die letzten Worte. Haut auf das Wald! Die rufen dann wahrscheinlich einen Exorzisten. Was meint der los damit? Was kann der damit meinen? So, Schild erzeugen. Schild erzeugen. Schild erzeugen, absolut nutzlos alles. Es ist doch echt absolut nutzlos. Los. Bam. Schild erzeugen. Zack. Okay. Fick dich, das ist mein Schild! Was steckt dich nicht dahinter? Ey. Das ist so höchst asozial, diese Rotze hier. Es ist höchst asozial irgendwie. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, wenn es überhaupt Menschen waren. Die sahen wahrscheinlich alle so aus wie die Viecher hier. Und denkt so, damit rechen die mir unter der Menschheit! Ja, das schafft ihr, Leute. Um arme Bürger wie mich in den Verstand zu bringen. Mann. Was habe ich denn getan, dass ich so einen Kack spielen muss? Das ist so. 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 So. Jetzt wirf mich da rüber, bitte. Boom. Yeah. Geil. So weit war ich noch nie. Nur ungefähr 8 Millionen Mal. So. Barriere. Barriere. So weit komme ich ja immer. Aber dann meint dieser eine Horst. Ich verstecke mich jetzt. Warte, dein Schild, dein Schild. La 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 la. Ja, und dann bin ich am Arsch. So, zack. Und jetzt. Nein! Mann! Immer wieder die gleiche Kacke! Immer wieder zum 8 Milliardensten Mal! Ey, ich spiele euch hart auf Darkness auf Schwert euch, Leute. Aber so eine Scheiße muss ich mir echt nicht geben. Das ist doch echt. Das ist zum Kotzen. Das ist einfach nur Rotze. Ich glaube, so viele Wörter, Schimpfwörter, vulgäre Wörter, was finde ich, sind noch keine anderen Let's Plays zusammengefallen mit diesem Scheißspiel hier. Boah, ich raste aus. Es gibt Spiele, schöne Spiele, so wie Oddworld oder Hard as Dark, das war auch ein schönes Spiel, auch wenn es schwer war. Und dann gibt es wiederum sowas hier. Was halt einfach nur ins Gesicht tritt und einem sagt, ey Junge, du bist voll der Lebensversager. Und, äh, ja. Mit sowas darf ich mich dann hier rumärgern. Schön! Schön! So, Junge. Fick dich, Mann! Hey! Oh! Okay, ich kann mich wieder beruhigen. Oh, jetzt kommt doch so eine Scheiße. Ich habe Angst, dir kommt doch was. Renn, 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 renn da hoch. Wow! Wow! Nein, ich habe Angst! Oh, mein Gott! Okay. Nein! Wow! Oh, Leute!